Also, okay, ich bin jetzt auch gerade reinstruft. Mein Medikit. Weißer Finger weg. Ja, da kannst du wieder schlagen. Was geht denn hier? Guck mal, die kommen hier durch die Wände durch. Die glitschen sich durch die Wände, die Schweine. Ah, ich hab jetzt nur noch eine Pistole, Schwester. Liegt hier keine zweite Pistole? Na, naja. Ich glaube, ich nehme eine Pumpe. Ich brauche hier noch einmal eine neue Waffe. Gibt's was noch gescheitert? Ja, das Ding ist ganz gut. Es gibt irgendwie nichts zu richtig vernünftiges. Na komm, komm mal durch hier. Wo ist eigentlich mein Fang? Ach ja, ich bin da drauf. Gut. Geht's nicht weiter? Na los, Attacke. So. Au! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Sorry für's. So. Ich hätte noch sorgt gewesen, als weißer gewesen wäre. Hot Dogs! Meat Burger! Super. Super Meatball? Der App soll wieder ganz woanders sein. Der will schon wieder was futtern. Ach da! Ich dachte, ich war schlimm. Ja, du gehst ja mal kacken. Au! Irgendjemand muss das so richtig. Jetzt denkt die wieder so nach Aliens. Wie kommst du auf Aliens? Da ist ne Brecheisen. Falls jemand mal brechen will, hier ist ne Brecheisen, Leute. Deswegen sollten wir denn brechen, wenn wir mal drauf gehen? Wegen den geilen Sprüchen hier. Au! Wegen den Witz muss ich gleich brechen. Ja. Mein Gott. Oh geil! Autoscooter, Leute! Vorsicht! Aufsicht! Autoscooter? Ja, ich bin ich als erstes weg. Oh, juhu. Mach ich Kart spielen! Meep, meep! Ich höre! Ich höre! Äh! Da-da-da-da-da! Also doch, auf bestimmte Spaß machen die Zombies zu. Er war uns falsch. Mach ich mal das Licht aus. Weiß was ich wieder an war, hier ist dunkel. nein leute warum warum immer auf meine süße sie hat auf dich gewartet du bist wieder nicht erschienen ich bin gerade irgendwie ein bisschen zu ruhig in der ecke ja ich lege vielleicht an der witch ich heile ihn derzeit mal gleich die nächstbesten ich bin doch schon fertig was hast du denn dann mach das du wieder rum das ist nie aufpassen alter hier ist wirklich zu gut spielen aber wie es bitter leute was das denn ich verprügeln nicht beschießen mensch kloppen schlagen ich schlage doch jetzt helft doch nicht das ist ein soloplayer warum brauchst du da hilfe was hast du jetzt mit deinem deck da war ein komischer schatten und ich habe darauf geschossen plötzlich war der schatten weg ich hab ihn flittern hören er sagte ich habe keine 20 dolles Ich hatte ihn ja gehört, aber ich wusste nicht, wora er war. Er war im Kuhstall. So in etwa, er macht dich an. Oh, Moment. Bleib jetzt bitte stehen. Ja. Hui, Tankweiser. Hat jemand schon gesagt, dass du schicke Goldsinger hast? Hat jemand Hunger? Oh, das ist ja nicht mal frisch. Das ist ja nicht frisch. Oh, cool. Ähm. Das ist doch etwas besser. Ähm. Junk, kannst du was Tolles daraus zubereiten? Ich hoffe, wir haben ein BSG. Hier liegt noch ein Katana, wer braucht? Ich hab hier eine Gitarre. Junk, hast du auch eins? Ich glaub, das ist hier eine falsch. Gitarre brauch ich auch nicht. Warte nur. Und irgendwer hat sich gerade den Fuß gebrochen. Nein, alles gut. Nein, dabei. Von der Safe-Room? Äh. Okay. Adrenalinschot. Weiß was? Das ist auf jeden Fall cool. Adrenalin, hier ist noch eine Pipe. Die Pipe nehme ich doch dankend an. Überstattung! Ich hab einen Moolotov hier in den Kuhstall gefunden. Ich glaub, wir müssen auch einen Moolotov. War der mit, war der mit, war der mit, war der mit, also keiner von den Kuhn war lila, also können wir ausschließen, Milka arbeitet hier nicht. Über den Däschern, muss der Spaß hier wohl grenzenlos sein. Über sieben Leitern musst du gehen. Da kommst du nicht mehr überstehen. Leute! Hier gibt's glaub ich gleich ein Konzert. Alter, Leute! Echt? Solange ich Medikit habe, bin ich's glücklich. Ich glaub da, da oben sitzt Medikit! Yay! Ich kann leider noch eins tragen. Ich auch. Ja, Leute, hier dürfte irgendwas passieren. Hier gibt's nicht so sonst Muni. Das Turmus auch. Ich brauch eins. Muni! Okay, wir sollen hier irgendwas betätigen. Alles ganz weiter. Nicht schon wieder. Ich nehm mal den Benzintank vorsichtshalber mit. Ich glaub wir müssen leichter rein. Leute, ich schmeiß hier mal den Benzintank hin. Wo rein? Leute, Klassik Survival! Komm schon, Konzert haben wir da eigentlich Erfahrung. Heiß, 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 heiß! Ob ich wieder eine heiße Sohle ausprojekt hab? Aber immer doch. Was, Rocher? Hä? Ich glaub das ist der richtige Zeitpunkt hierfür. Wir müssen hier ein bisschen weiter brennen. Komm! Andere Seite! Come on, Clown! Ah, ne, ich bin da hab' ich ja schon. Errungskraft, ein leuchtendes Vorbild. Ah, hätte! Aua! Mach du die drunter! Ach, dann guck uns mal was auf dir. Guck, Traum! Die Türen sind offen, die Türen sind offen! Ja, schön, aber ist so die Frage, wo das ist? Hier! Die hier? Ah! Hunter, Hunter, Hunter! Oben! Haben wir die erwischt? Ich hoffe mal. So! Durch, 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 durch! Ja, ja, sag dir so leid, ich hab' hier ne Wolle hinter mir! Ja, 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 ja. Ab, rum hier! Ab, rum hier! Oh, und ich hau' hier einfach an! Los, schon, keinem, es gibt hier Deckung! Lade nach! Hau' es'n! Wisch hier! Aua! Robert, ich helf' dir! Ja! Ach, Moment! Wisch da, Baby! Da ist'n Clown! Wenn ich so spinnen würde, hätt' ich jetzt einfach ne Pfeil-gum- Ja! Errungskraft frei geschaltet! Ich wollte dich im Kodakick zubeis der Ecken hab. Ganz spät da an, wenn du gibst. Ich sag der 1-Racer, wenn du tot bist, bringt dir deine Erfolge auch nichts mehr. So. Ein erfolgreicher Tod wär das dann. Also wenn's wirklich fürs Drecken und Paletten werden, ein Erfolg krieger, hätte ich den was so oder so schon. Dave? Ich wusste ja, dass du manchmal wirklich heiß blütig sein kannst, aber das ist übertrieben, Kumpel. Echt? Lass mich hin. Jetzt. Wollen wir auch. Scheiß drauf. Leute, lass mich durch. Tür zu. Das war mal ein heißer Ritt in den Seifu. Uh, das Konzert. Verdammt, und jetzt hab ich meinen Konzertmod nicht an. Ein schlechter. Ja, wie gesagt. Meine Güte, Leute. In Ordnung. Ähm. Ihr seid schon mal. Mit meiner süßen Fremd gegangen. Heu nicht rum, dann musst du auch mal früher da sein. Chao.